Hey Freunde und was geht ab? Willkommen zurück zu einem neuen Video. Und ich sag mal so, dieses Video hier ist nicht nur ein normales Video. Denn dieses Video dient als ein kleines Dankeschön dafür, dass wir die 10.000 Abonnenten gehittet haben. Ein einfach unfassbarer Meilenstein, von dem ich niemals hätte denken können. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einer Runde Bad Wars, wo wir dann noch ein paar andere Themen besprechen werden. Zum Beispiel, wie es so auch in der Zukunft aussehen wird. So, und da sind wir glaube ich sogar schon direkt in der Runde angekommen. Und wie ich sogar gerade schon am Anfang des Videos erwähnt habe, reden wir heute mal ein bisschen über die Zukunft von meinem YouTube-Kanal. Da ich nämlich auch schon viele Fragen bekommen habe, ey, scared, wann kommt denn endlich mal ein normales Video? Und ich kann euch sagen, Freunde, es werden auf jeden Fall jetzt in nächster Zeit deutlich mehr Videos auf euch zukommen. Denn ich habe nämlich auf jeden Fall sehr, sehr viele Videoideen so gerade bereit. Nur, ihr müsst ja verstehen, Freunde, die Umsetzung ist jetzt nicht wirklich unbedingt leicht. Denn hinter jedem einzelnen Video oder auf Shorts steckt nämlich sehr, sehr viel Arbeit. Und es ist wirklich nicht leicht, sowas zu schneiden. Genau, angefangen mit den Shorts habe ich am 25. Oktober. Und ich habe bis dahin, also bis jetzt, ungefähr wirklich fast jeden Tag hochgeladen. Außer halt eben im Dezember, da war ich halt eben etwas inaktiver. Wer lebt eigentlich noch? Blau, Gelb und Rot. Vielleicht könnten wir die Runde sogar schon direkt gewinnen. Das wäre natürlich sehr, sehr nice. Jetzt können wir pushen. Das ist nicht so nice. Okay, ich glaube, es war es mit der Runde, oder? Okay, das Item ist komplett OP. Das soll es eigentlich auch schon wieder mit dem Video gewesen sein. Ich wollte nur einfach mal Danke sagen für die 10.000 Abonnenten. Und ich sage mal so, freut euch auf längere Videos und auch auf weitere Shorts. Haut rein und habt noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.